Hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet, immer noch Weihnacht-Event und bin jetzt hier in den Everglades, Florida, will jetzt hier nochmal die kleinen Fische farmen, ein wenig und erstmal hier das Paket sammeln, gibt hier Feuerwerk, gibt hier auch was, nö, nö, hier gibt es nix, doch hier gibt es den roten Sack, das habe ich euch ja schon gezeigt, hier gibt es nix, nö, und hier, ah ja, hier ist er, und der Strumpf, alles klar, ach nochmal Kekse, ich hätte lieber andere Köder, da brauche ich die Polarbrille, genau, die habe ich ja nicht mehr, so, hier sind wir weiter Weg, und da bis da, wohl die kleinen Fische kann man auch hier vorne gleich fangen, da kommen wir gar nicht so weit weg, kommen wir hier mal den Routenständer auf, Wir schmeißen auch gleich alle drei Routen raus, und bevor ich jetzt hier die Münze einwerfe, werde ich hier jetzt mal wieder Umgebungssound ausmachen, sonst das Video wieder geclaimt wird, auf YouTube. So. 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 herein Sekunde. Da ist nix. Weiter. dancing crappy, in grün, den brauche ich aber gar nicht mehr. Klar, das sind natürlich am meisten Ja, und noch ein grüner, genau Weil ich den ja auch nicht mehr brauche Was soll der Schwachsinn jetzt hier schon wieder? Wird schon wieder nur verarscht hier von dem Spiel Blaue und Rote brauche ich noch Grüne brauche ich überhaupt nicht Ich denke, Saragu ist okay Da brauche ich von allen noch welche Roter Creepy ist auch okay Blauer Creepy ist auch okay Ich denke, Saragu ist immer okay Da brauche ich noch am meisten von Nur den grünen Dense Krabby bitte gar nicht mehr Abgestellt bei mir Lieferung wird nicht mehr angenommen in Zukunft Solange der Nebel noch da ist, spielt auch die Musik noch Und solange die Musik noch spielt, beißen auch noch Püsche Und solange die Musik noch mal Und solange die Musik noch fertig ist, spielt auch die Musik noch Ja, komm. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Nebel ist weg. Eine Münze haben wir jetzt durchgefeiert. Ich schaue mal, was ich noch brauche. Da noch ein von den Rot-Dance-Krabbys. Blaue Dance-Krabbys noch 6. Von den Tölpel-Grundeln, besser gesagt. Noch 18 von den Roten. Noch 17 von den Blauen. Und noch 11 von den Grünen. Und Gangster-Raku, noch 29 von den Roten. Von den Blauen noch 25. Und von den Grünen noch 26. Wow, noch jede Menge. So, was haben wir im Kescher mit einer Münze hier? 1, 2, 3 Ne, 1, 2 Gründeln. 1, 2, 3, 4, 5 Gangster-Aragus. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dance-Krabbys. Insgesamt 14 Fische mit einer Münze. Das ist okay. Da kann man nicht meckern. Und noch eine Münze einschmeißen. Also erst die Routen wieder auswerfen. Und die Routen wieder auswerfen. Diesmal schmeißen wir erst aus und dann holen wir die nächste rein. Anni war zu früh, aber ist er schon Spanzin gegangen mit dem Köder. Die Schnur hat sich doch eindeutig nach vorne wegbewegt. Was soll der Blödsinn denn jetzt hier schon wieder? Ja, ja, grüne Dance-Krabbys. Weil ich den ja auch noch so dringend brauche, ne? Die Schnur, wie also der Blödsinn. Und dann Scrabby sollte ich jetzt entweder blau oder rot auch noch fertig haben. Ich glaube rot war die erste und nur noch einer fehlte. Also jetzt nur noch blaue Dance Scrabby, ja ist noch mal ein roter, klar. Fünf Stück noch von den blauen, roter ist fertig, grüner ist fertig. Da sind wir überall noch weit weg von fertig und da auch weite Route. Sauer Dance Scrabby auch fertig. Roter Dance Scrabby war schon fertig. Jetzt beißen nur noch Dance Scrabbys oder was, weil ich die schon fertig habe. So eine Verarschung, ey. Und grüner Dance Scrabby. Jaja, jetzt beißen wieder nur noch Dance Scrabbys. Was soll sowas? Ups, falsche Taste. So. Ne, dauer Dance Scrabby. Immer noch vier Stück. Wie sah der da eben? Ach nee, bei rot hat er ge... Da hat er denn erst angezeigt fertig. Obwohl das eben schon fertig war. So, wieder völlig Blödsinnig hier. Achso, der Nebel ist weg. Der Nebel des Grauens. Oh, ich würde sagen, Leute, das war's. Dann noch erst mal 26 Stück mit zwei Münzen. Ist ganz okay. Also im Schnitt 13 Stück pro Münze. Bei 100 Münzen sind das 1300 Fische. Bis dahin sollte man dann auch alle gefangen haben, die nötig sind. Okay, Leute, das war's denn für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.